... Ich habe jetzt zwei Müsse in der Luft geflügt. Ist beim SP-100 auch gut, dass die Gerüste waren? Ja, wirklich? Ich denke, die Hohmann war gut. Ja, ja. Ich dachte, die Hohmann war gut. Ich habe zum Beispiel bei der Masse, die Hohmann ist ein bisschen ein bisschen. Ich habe zum Beispiel bei der Masse, die Hohmann ist ein bisschen ein bisschen. Oder 38, vielleicht mit 2. oder mit 47. Nein, 1, 1, 1. Ich bin ein bisschen ausgeladen. Ja, ich bin ein bisschen ausgeladen. Ja, jetzt kommt die Hohmann noch. Lass es werden. Lass es mal kurz. Lass es mal kurz werden. Lass es nicht, Lass es nicht. Lass es nicht. Lass es nicht. Dann könnte ich auch ein bisschen hochnehmen. Lass es nicht. Lass die Hohmann haben, auch gleich auf die Welt. Was ist das? Wir haben noch zu lange, wir haben noch ein bisschen mehr. Fahre doch mal aus, was ist denn? Was ist denn aus? Nein! Warum nicht? Ja, das kannst du machen. Ach, das ist nicht. Ach, das ist nicht. Ach, das ist nicht. Aber ich habe genug, noch den Blick. Ich habe genug, noch den Blick auf. Wie? Wie? Wie... Na ja, das ist ja ein Problem. Da, wo die hier betroffen sind... 10, 9, 7, 4, 3, 4, 4... ... 6, 2, 3... ... 5, 4... Was haben wir jetzt auch gemacht? Juhu! 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 Untertitelung im Auftrag des ZDF Ne, Ambo. Ambo-Metter. Das Taschen ist doch kein Bundeskanzler. Nein, das war auch nicht zu gehen. Wenn du da mal irgendwas machen würdest... Das heißt doch gar nicht. Und der Name... Wir nannten doch auch BB5. Das war einfach nur scheiße. Da war mein Essbesteck. Der hat da verschärft. Und ja, dann hab ich... Das hat man nicht erzählt. Dann hab ich mir irgendwann dafür gebraucht. Das sind nur noch die Kalken. Wandrennenbruch. Und wenn du später noch... ... dann kann man vielleicht noch ein bisschen... ... dann kann man so ein bisschen... ... springen, wenn du... ... dann musst du ja nur so... ... dann können die Begriffe machen. Das geht nicht. Das ist ja, wie gut. Das ist ja, wie gut. Das ist ja ein bisschen... ... das ist ja auch so...